So, meine Damen und Herren, heute ist der Hörser da vorne wieder leer, also leider jetzt, und das wird auch für den Rest dieser Woche so bleiben, muss ich gleich sagen, also, wenn Ihnen das gar nicht passt, dann hoffe ich, dass Sie trotzdem kommen. Also, wir haben ja gestern schon begonnen, über die Auswirkungen dieser experimentellen Befunde zu sprechen, die Sie gestern gesehen haben. Sie haben schon gesehen, dass das mit dem Magnetismus ein bisschen was anderes ist, als mit der Elektrostatik, aber dass das doch sehr innig miteinander zusammenhängt. Und es ist immer die Frage, was man als wesensgleich und als nicht wesensgleich ansieht, aber gerade das Beispiel mit der Elektrodynamik ist, finde ich, ein besonders gutes Beispiel dafür, dass das nicht nur ein formaler Trick, ein mathematischer ist, dass man da so die elektrischen und die magnetischen Erscheinungen so künstlich irgendwie in eins zusammenfügt und sagt, das ist eh das Ein und Dasselbe. Aber die Dinge haben Sie gestern, glaube ich, schon experimentell gesehen, sind also so eng miteinander verflochten, dass es wirklich gerechtfertigt erscheint, von einer elektromagnetischen Wechselwirkung zu sprechen, die halt verschiedene Aspekte hat, wo natürlich die elektrischen und die magnetischen Aspekte nicht gleich sind, aber so miteinander verbunden durch gegenseitige Beeinflussungen, dass es gar nicht zweckmäßig wäre, das als etwas ganz Separates anzusehen. Aber es ist immer wieder fraglich, ob das, dann muss man sich jedes Mal überlegen, ob das so ist. Es ist ja seit längerem jetzt auch so, dass die schwache Wechselwirkung zur elektromagnetischen dazugefügt wurde, zu einer elektroschwachen und da ist halt jetzt wieder die Frage, inwieweit das dann nur eine künstliche Kombination ist. Sicherlich nicht, aber es muss jedes Mal hinterfragt werden. Aber bei der Elektrodynamik, Sie werden sehen im weiteren Verlauf dieses Semesters, Sie werden total überzeugt sein, dass das also ein einheitliches Konzept ist und ein einheitliches Phänomen sozusagen, wo man nur durch verschiedene Arten der Betrachtung verschiedene Aspekte davon beobachten kann. Es wird noch einiges Interessantes diesbezüglich auf Sie zukommen. Also was wir gestern gewonnen hatten aus den experimentellen Erfahrungen, ist das Ampärsche Gesetz. Und um das also in den Rahmen zu setzen, möchte ich jetzt gleich noch einmal das Gauss'sche Gesetz aufschreiben. So ein bisschen Rekapitulation aus dem Anfang der Elektrostatik. Da hatten wir also das Gauss'sche Gesetz. Und das lautete ja, dass der elektrische Fluss aus einer geschlossenen Fläche heraus, Phi E, gleich ist Q durch Epsilon Null. Und um das klarzumachen, dieses Phi E ist also der elektrische Fluss aus einer geschlossenen Fläche heraus, wo innerhalb der Fläche sich eine Ladung Q befindet. Das braucht nicht eine einzelne Punktladung, kann aber braucht nicht eine einzelne Punktladung zu sein, können mehrere Punktladungen, eine Ladungswolke, was auch immer sein, innerhalb der geschlossenen Fläche und das Epsilon Null, das ergibt sich halt durch die Festlegungen. Also eine einfache geometrische Struktur. Sie haben da also eine geschlossene Fläche. Innen ist also so eine Ladung da Q hinein verschmiert, wenn Sie so wollen. Und da tritt also dann nach außen hier aus dieser Fläche heraus ein elektrisches Feld E. Und dieser Fluss durch diese geschlossene Fläche hindurch, Integral EDF, also der Fluss Phi E, ist gleich dem, was da drin ist, dem Q und durch Epsilon Null. Also ich glaube, das wissen wir, haben Sie auch verstanden. Und jetzt haben wir es noch einmal hier rekapituliert. Und jetzt ist er was anderes daneben dazugekommen, sozusagen, an die Seite gestellt, gewissermaßen. Das ist nicht besser und nicht schlechter, sondern so eine Art Zwilling, aber kein Einäiger, sondern eben da nicht dasselbe. Und das lautet jetzt, das ist eben dann das Ampèresche-Gesetz. Und dieses Ampèresche-Gesetz schaut also recht ähnlich aus. Da heißt nicht Phi E, sondern U M. Und dieses U M ist dann nichts anderes als ein Strom I. Und genauso wie beim Gausschen-Gesetz ist es hier wieder wichtig, sich klarzumachen, was da steht. Um was es geht, ist hier jetzt eine magnetische Spannung und nicht ein elektrischer Fluss. Ein Fluss ist immer durch eine Fläche, ein Flächenintegral von dem betrachteten Vektorfeld, da ist es halt E, E-Pfeil, DF, durch die Fläche hindurch, in dem Fall durch eine geschlossene Fläche hindurch. Und bei dem U M ist es also ähnlich wie bei der elektrischen Spannung, ein Linienintegral wieder über ein entsprechendes Vektorfeld, in dem Fall das Feld der magnetischen Flussdichte B-Pfeil. Und zwar geht es hier um eine geschlossene Kurve, durch die hindurch ein Strom I fließt. Damit das irgendwie gleichartig wird, mache ich das jetzt so. Der fließt da durch, es geht um bewegte Ladungen. Und diese Kurve umfasst diesen Stromfluss. So wie die Fläche die Ladung einschließt, ist das wie ein Gürtel sozusagen, der diesen Stromfluss umfasst. Es kann dann außen einen Strom geben, der interessiert uns nicht. Es interessiert uns der Strom, der durch diese, von dieser Kurve eingeschlossene Fläche hindurch tritt. Diese Geometrie ist das Entscheidende, damit Sie das verstehen. Und dieses U M ist jetzt das Linienintegral des B-Feldes, das da so jetzt im Wesentlichen so wirbelförmig um diesen Strom herum sich ausbildet. Das ist ja die Eigenschaft, die sich aus dem Örstedtschen Versuch ergibt. Ein Strom umgibt sich mit einem magnetischen Feldwirbel. Dem entspricht da von einer Ladung träten elektrische Felder aus. Da umgibt sich der Strom mit einem Feldwirbel. Und dieses U M ist das Linienintegral längs dieser Gürtellinie sozusagen, die den Stromfluss einschließt. Und das ist aber hier gleich, und da ist nicht einmal ein µ0 oder irgendwas dabei, das liegt an der Definition von dem B. Das ist einfach gleich dem Strom, der da durchtritt. So wie das der Fluss einfach gleich ist der Ladung da drin. Da kommt noch dieses Epsilon 0 dazu. Das ist eine Frage der Definition der Größen. Man kann die Elektrodynamik so verschiedenartig stylen gewissermaßen. Und ich glaube, so eine einheitlich stylische Elektrodynamik, die so wirklich total perfekt ist, gibt es vielleicht gar nicht. Aber jedenfalls, ich habe heute eine solche Darstellungsweise gewählt, die mir einerseits einigermaßen konsistent erscheint und andererseits breit in der Literatur verwendet wird. Was hat man von der elegantesten Darstellung, man ist dann in 80% oder mehr aller Darstellungen, das wieder irgendwie umstellen müssen dort. Das ist ja unpraktisch. Also auch die Eleganz hat ihre Grenzen. Man muss es nicht. Gut. Also wir machen das jetzt hier so. Und da sehen Sie also schon, die Geometrie dieser Situation ist gänzlich anders. Wir haben zum Beispiel hier nicht gesagt, ein Strom erzeugt ein magnetisches Feld. Weil das Erzeugen, das hat so irgendwie das mit drin, dass das dann wo rauskommt gewissermaßen. Bei dem elektrischen Feld haben wir dezidiert gesagt, die Ladungen sind die Quellen des elektrischen Feldes. Das kommt da echt raus. Das quillt heraus. Eine Quelle. Da quillt etwas. Während das Magnetfeld da, das quillt nicht heraus, sondern das entsteht rundherum. Der Strom umgibt sich damit. Aber wenn ich sage, er erzeugt, dann hat man so das Gefühl, aus dem Strom kommt dieses Magnetfeld heraus. Das quillt aber nicht. Wie wir dann in weiterer Folge gleich noch genauer besprechen werden. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Deswegen betone ich das so. Hier liegen die entscheidenden Unterschiede, warum diese zwei Sachen keine eineigen Zwillinge sind, sondern eben nebeneinander stehen und was Unterschiedliches sind. Sie sehen ja auch die Unterschiedlichkeit in der Dimensionalität. Da wird über eine Fläche integriert. Da wird längs einer Kurve integriert. Aber es ist doch ähnlich, weil da ist es eine geschlossene Fläche und da ist es eine geschlossene Kurve. Und da sagen wir, in der geschlossenen Fläche ist was drin. Und da sagen wir, durch die geschlossene Kurve tritt was durch. Also ich glaube, das ist alles schon recht klar und anschaulich. Aber es muss ihnen auch bewusst sein, obwohl das also so unterschiedliche Gesetze sind, dass sie doch andererseits sehr ähnlich sind. Und dass man das schreit direkt danach, dass man das irgendwie noch, sagen wir wieder bei der Eleganz, eleganter und einheitlicher darstellen kann. Und das gelingt dann mit der vierdimensionalen Tensor-Schreibweise der Elektrodynamik. Das hört sich jetzt entsetzlich an. Ist aber total schön, wenn man einmal weiß, es ist wieder eine Sprache, die man lernen muss. Und das kriegen Sie dann in der theoretischen Elektrodynamik spätestens. Und ich war damals auch begeistert, wie ich das damals gelernt habe. Also wird Ihnen auch gefallen. Aber das machen wir hier bewusst nicht. Weil der Tensor-Formalismus erfordert doch eine zusätzliche Einführung. Ich kann nicht von Ihnen allen verlangen, dass Sie sich jetzt so detailliert mit den Tensoren auseinandersetzen. Es reicht schon dieser Trägheitstensor, aber das ist eh harmlos. Das ist dann schon ein bisschen was anderes in der Elektrodynamik. Und vierdimensional kann sich eh kein Mensch vorstellen. Also das schieben wir auf, auf einen späteren Zeitpunkt. Das hören Sie woanders. Aber da kommt dann schon heraus, dass man diese Dinge in eine geschlossene, einheitliche Form bringen kann. Und die zeigt dann noch deutlicher, wie eng elektrische und magnetische Felder miteinander verwoben sind. Gestatten Sie mir einen diesbezüglichen Kommentar noch. Wir haben ja jetzt kennengelernt, dass die elektrischen Felder durch das E-Feld beschrieben werden. Und gestern haben wir angefangen darüber zu reden, dass magnetische Felder durch das B-Feld beschrieben werden. Da gibt es also dann E-Vektoren und B-Vektoren. Jede von denen haben drei Komponenten. Sind also insgesamt sechs Komponenten. Und da zeigt sich, dass man das in einen, Warten Sie einmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt möchte ich nichts Falsches sagen. In einen antisymmetrischen Tensor zweiter Stufe in vier Dimensionen schreiben kann. Der hat nämlich gerade sechs unabhängige Komponenten. Und das sind gerade die drei E-Komponenten und die drei B-Komponenten. Das heißt, das zeigt sich dann, dass man das formal in eine mathematische Struktur gießen kann. Dennoch finde ich, dass es von der Anschaulichkeit her wichtig ist, die Dinge einigermaßen separat zu behandeln, zumindest am Anfang. Weil Sie haben ja gesehen, es sind ganz andere experimentelle Befunde, die da jeweils dargestellt werden. Es ist nur dann so, dass sich das also in wunderbarer Weise sehr konsistent zusammenfassen lässt. Mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen, aber Ihnen so ein bisschen einen Ausblick geben, wie toll man das dann noch weiter verarbeiten kann. So, also soviel der Rückblick. Und jetzt wollen wir also weitergehen. Diese beiden Gesetze sind also integrale Gesetze. Das Gauss'sche Gesetz bezieht sich auf eine makroskopische geschlossene Fläche, die halt eine bestimmte Ladung umschließt. Das Ampere'sche Gesetz auf eine makroskopische geschlossene Kurve, die einen Strom umfasst. Also beides integrale Gesetze und sowohl der Fluss als auch diese magnetische Spannung sind eben Integrale. Ein Flächenintegral und ein Linienintegral. Und jetzt, ähnlich wie wir das beim Gauss'schen Gesetz gemacht haben, wollen wir auch dieses Ampere'sche Gesetz in eine differenzielle Form bringen. Mir fällt aber noch etwas Kleines zwischendurch ein. Entschuldigen Sie, dass ich noch einen Einwurf mache. Etwas später werden wir dann auch ein Ampere'sches Kraftgesetz kennenlernen. Das ist durchaus etwas anderes. Das behandelt dann die Wechselwirkung, die tatsächliche Kraftwechselwirkung zwischen zwei stromdurchflossenen Leitern. Und wo man dann wirklich einen Anschluss an die Mechanik finden kann. Und nachdem der Ampere so viel mit Strömen gearbeitet hat, hat man ihm also in mehrfacher Weise da zu ewiger Bekanntheit verholfen. Einmal die Stromeinheit und dann das Ampere'sche Gesetz und das Ampere'sche Kraftgesetz. Also das ist ganz schön, wenn man es so weit bringt, dass man so an drei Stellen im Sachregister vorkommt und nicht nur im Namensregister. Das ist schon was. Gut, also jetzt also, Übergang zur differenziellen Darstellung. Und um zu dieser differenziellen Darstellung zu gelangen, ist es natürlich gut, von dem Strom I, der da steht, auf die Stromdichte übergehen zu können. So ähnlich wie man ja da beim Gauss-Schnittgesetz jetzt von der Ladung auf die Ladungsdichte übergegangen sind. Also diese Stromdichte hängt mit dem Strom in einfacher Weise zusammen. Der Strom I, das ist der, der da hier steht, der da durch diese Kurve durchtritt, durch einen Leiterquerschnitt A. Dieser Strom ist das Integral über den Querschnitt des Leiters J-Pfeil, D-F-Pfeil. Wenn man also so einen Querschnitt hat, mit Fläche A, durch den da der Strom hindurchtritt, mit Stromdichte Vektoren J. Das ist natürlich hier letztlich, wenn es da Vektoren sind, auch schon zu denken, dass das da Stromdichte Vektoren sind. Aber mit dem Pfeil wollte ich eigentlich nur andeuten, dass da halt ein gewisser Strom als Ladung pro Zeiteinheit durch diesen von der Kurve umrandeten Flächenbereich hindurchtritt. Aber jetzt wollen wir das eben konkreter fassen und da haben wir dann diese Vektoren jetzt wirklich festgelegt als Stromdichte Vektoren. Naja, und jetzt kommt es also darauf an, so einen Zusammenhang zwischen dem J einerseits und dem B des Magnetfeldes, das durch diesen Strom hervorgerufen wird, darzustellen. Also einen Zusammenhang von J-Pfeil und B-Pfeil. Und das sind beides differenzielle Größen. Während der Strom, das ist ein Integral über diese ganze Querschnittsfläche, wie ich gerade aufgeschrieben habe, Integral jede F. Und während aber die Stromdichte, die ist jedem Punkt im Raum zugeordnet und ist dort halt jeweils der Strom-prozentgerechte Querschnittsflächeneinheit. Und das braucht ja auch nicht überall dasselbe sein. Wo steht denn geschrieben, dass das da homogen alles durchtritt. Da sind es vielleicht innen stärker und außen hat das eh angedeutet. Da ist vielleicht fast nichts mehr und so. Das kann man natürlich dadurch einwandfrei darstellen, indem man eben von der Stromdichte ausgeht, wo an jedem Punkt dann festgelegt ist, wie groß dort eben die Stromdichte ist. Also so kann man das J verwenden. Und das B natürlich ist ja auch klarerweise als Vektorfeld jedem Punkt zugeordnet. Das heißt, da haben wir dann zwei differenzielle Größen. Naja, und da schauen wir halt jetzt nach, was wir da aus dem Jamperschen-Gesetz insbesondere gewinnen können. Gemäß Ampere-Gesetz erhalten wir also, nachdem das U-M gleich ist, können wir einmal schreiben, also das U-M ist gleich, wenn wir da das I gleich einsetzen, Integral über A je Pfeil df-Pfeil. Da haben wir das I einfach da eingesetzt und dort hingeschrieben. Das ist einmal eine Beziehung, die wir sofort aus dem Amperschen-Gesetz gewinnen. Und jetzt werden wir weiterschauen. Jetzt schauen wir nach, was ist denn also nun diese magnetische Spannung. Und die rechnen wir uns konkret aus. Gemäß ihrer Definition, das ist jetzt eigentlich keine neue Physik da, das ist die Physik, die steckt im Amperschen-Gesetz. Während die magnetische Spannung, das ist ja nur eine Definition. Also schreiben wir das noch einmal auf, diese magnetische Spannung U-M, die da oben steht, das was wir da haben, längs dieser geschlossenen Kurve, das ist also jetzt für die gegebene Situation gleich diese definitionsmäßigen Vorfaktor 1 durch µ0, den führen wir da eben mit, das ist eben so definiert. Das ist dieses Style, wie ich gesagt habe, von der Elektrodynamik. Das hat keine tiefen Bedeutungen. Das ist einfach, wie man die Größen sinnvoll definiert. Und das bewirkt aber dann die entsprechenden Dimensionen der verschiedenen Größen, in was man das misst. Und das führen wir eh immer durch. Haben wir gestern ja auch geschaut, das Tesla und so weiter, was das eben ist. Also, das ist 1 durch µ0 und da steht also jetzt ein Ringintegral über den Rand dieser Fläche A hier. Wenn das die Fläche A ist, dann ist das der Rand von A. Der Rand von A, das ist eben die Kurve, längs derer da integriert wird, um auf dieses U-M, auf die magnetische Spannung zu kommen. Und dann natürlich, so ist sie eben definiert, B-Pfeil, D-R-Pfeil. Das ist nichts, was schwer zu merken ist. Weil das haben Sie sich sicher jetzt schon ziemlich ins Gehirnstübchen eingestellt, dass die elektrische Spannung Integral E-D-R ist, von einem Punkt zum anderen, dazwischen die elektrische Spannung, Arbeit pro Ladungseinheit, Integral E-D-R. Nun, jetzt haben wir da die magnetische, ist daher Integral B-D-R. Nur dieses 1 durch µ0, das muss man sich halt merken. Also ansonsten ist das ja total einfach. Naja, und damit haben wir noch nicht sehr viel. Wenn wir da weiterkommen wollen, brauchen wir einen Integralsatz. Das war auch beim Gausschen Gesetz so. Und da war also auch gleich der Gauss, der auch den zusätzlichen Integralsatz gemacht hat. Da ist es aber nicht so, dass das jetzt der Amperische Integralsatz ist, sondern da hat wer anderer mitgewirkt. Das ist ja auch gut, das Dox-Integralsatz. Und obwohl Sie den wahrscheinlich schon kennengelernt haben beim Kollegen Delago, schadet es nicht, glaube ich, wenn ich ihn noch einmal aufschreibe, auch weil damit dann es noch klarer wird, wie man die sich ergebende, differenzielle Beziehung dann interpretieren soll. Weil, das haben Sie ja schon gesehen, dass um und auf ist, dass man die Formel nicht nur kennt und sieht, sondern auch weiß, was sie bedeuten. Dann erst haben Sie es wirklich verstanden. Und dann können Sie auch erst was anfangen damit. Eine Formel, die da steht, und wir haben heute irgendwie rechnet, aber man weiß eigentlich gar nicht, wieso und was, ist ja eigentlich ein Trauerspiel. Also sowas sollte Ihnen nicht passieren, wenn Sie also professionelle Physiker oder Astronomen und Meteorologen, was wir da so alles erinnern haben, werden wollen. Das ist die Professionalität, dass man weiß, womit man es zu tun hat und nicht irgendwelche auswendig gelernte Gesatzln da hat, wo man sich immer als Outsider fühlt. Sie wollen ja drin sein, dabei sein. Es ist Ihres. Sie sollen das ja weiterführen. Also, da braucht man jetzt den sogenannten Stokeschen Integralsatz. Und den schreibe ich jetzt einmal auf. Das ist der Stokesche Satz. Das ist eigentlich ein Gausscher Satz in einer anderen Dimension. Es lautet, dass das Flächenintegral, da schreibe ich halt zwei Integralzeichen, wie immer, weil es ein Flächenintegral ist, Rotation B-Pfeil, D-F-Pfeil kann man darstellen als ein Linienintegral längs des geschlossenen Randes der Fläche A. Also, das ist ja was Eindeutiges. B-Pfeil D-R-Pfeil. Warum ist das interessant? Weil man sich, wenn man sowas anwenden kann, Arbeit ersparen kann. Es ist ja immer schön, dass man möglichst ökonomisch vorgehen kann. Ein Flächenintegral, da muss man zweimal integrieren. Bei einem Linienintegral muss man nur einmal integrieren. Wenn man also da ein Vektorfeld hat in der Form Rotation eines anderen Vektorfeldes, dann hurra, kann man sich also die ganze Flächenintegriererei ersparen, sondern braucht nur längs des Randes dieser Fläche ein Linienintegral B-D-R machen und über den restlichen Verlauf der Fläche dazwischen braucht man sich gar keine Gedanken machen. Also zweifellos ist das ein Vorteil, wenn das so ist. Witzigerweise werden es wir aber jetzt in der Gegenrichtung verwenden, weil dieses Integralrande von A, B, D-R, das steht ja da, das werden wir jetzt durch das hier ersetzen. Schaut es ein bisschen wie Masochismus aus, dass man sich das antut. Aber Sie werden gleich sehen, in dem konkreten Fall ist das also etwas sehr Praktisches. Aber damit man das also auch wirklich gut und geschlossen alles versteht, schreibe ich auch noch dazu, wie dieses Rotation vom B-Pfeil auch definiert ist. Das ist jetzt natürlich ein bisschen komplizierter als beim Gausschen Satz. Denn da kommt eine Divergenz vor. Und die Divergenz ist ein Skalar. Das heißt, da braucht man nur A-Größe hinschreiben. Divergenz V-Pfeil ist dv1 nach dx1 plus dv2 nach dx2 plus dv3 nach dx3 und aus. Na, bei der Rotation ist das ein bisschen unangenehmer, wenn Sie so wollen, weil das ist ein Vektor. Naja, wir haben ja da auch letzten Endes eine andere Situation. Daher ist es also hier ein Vektor. Und dieser Vektor hat daher drei Komponenten. Daher muss man drei so Größen aufschreiben. Und ich schreibe da, ich will da jetzt nicht eine Vektoranalysis für Sie machen, dazu haben wir nicht die Zeit und das ist auch gar nicht notwendig. Aber zumindest, dass man also sieht, um was es hier geht und dass das Ganze geschlossen zusammenhängt, dass Sie nicht sagen müssen, was uns der heute erzählt hat. Ich habe keine Ahnung. Also Sie wissen dann, wie man das auch ausrechnet, was auch für die Übungen natürlich wichtig ist. Da haben wir also db3 nach dx2 nach dx2 minus db2 nach dx3. Das ist die erste Komponente. Die zweite ist db1 nach dx3 minus db3 nach dx1 und die dritte ist dann db2 nach dx1 minus db1 nach dx2. Das lässt sich auch mit dem Nableroperator und meinem Vektorprodukt und so weiter darstellen. Auf das lasse ich mich jetzt gar nicht ein. Das wissen Sie vielleicht eh alles und wenn nicht, macht es jetzt auch nichts. Wesentlich ist nur, Sie haben jetzt, also Sie sehen anhand dieser Formel, so eine Rotation ist nichts Mystisches. Wenn Sie ein Vektorfeld haben, zum Beispiel eben das Vektorfeld der magnetischen Flussdichte, dann ist natürlich klar, dass Sie drei Komponenten b1, b2, b3 haben, die jede eine Ortsfunktion sind. Logisch, beim E-Feld ist das ja auch nicht anders. e1, e2, e3 lauter Ortsfunktionen. Und alles, was Sie machen, ist, Sie machen entsprechend dieser Vorschrift daher die partiellen Ableitungen und kriegen damit diesen Vektor mit der Komponente 1, 2 und 3 heraus und dann haben Sie die Rotation und fertig. Wir kommen noch etwas später jetzt gleich auch noch ein bisschen mehr darauf zu sprechen, was die geometrisch anschauliche Bedeutung von der Rotation ist, so wie wir ja auch im Zusammenhang mit dem Gauss'schen Gesetz vor etlichen Wochen ja auch dann anschließend an den Gauss'schen Integralsatz dann auch gefunden haben, die geometrische anschauliche Bedeutung der Divergenz. Divergenz und Rotation und dann auch Gradient, der spielt jetzt da nicht so sehr die wichtige Rolle, die drei sind einfach für die Darstellung der Physik von eminenter Bedeutung, sagen wir so, dieses mathematische Konzept hat sich blendend bewährt für die Beschreibung einer Vielzahl von physikalischen Gegebenheiten und daher wäre es ja Dummheit, wenn man sich dessen dann nicht bedienen würde und dem vielleicht sogar aus dem Weg geht, wenn man sich denkt, das fangen wir gar nicht an, das dürfen sie nicht machen, dass sie denken, ach was, ich komme schon ohne das durch, sie kommen nicht ohne das durch und je später sie reinhupfen, desto schlechter geht es ihnen, also machen sie das gleich, das ist das allerbeste. Also, das war jetzt nur ein mathematischer Einschub, das nur soll nicht abwertend sein, ich muss immer aufpassen, dass sie dann nicht das nächste Mal sagen, der Wagner schimpft immer auf die Mathematik, das Gegenteil ist der Fall, ich bin immer begeistert, dass es das alles gibt, auf das muss man ja draufkommen, das muss man beweisen, das muss auch wirklich stimmen, Gott sei Dank stehen wir hier auf einer sehr soliden Basis, aber es ist nur in dem Sinn, dass da keine neuen physikalischen Gesetzmäßigkeiten drinnen sind, sondern es ist einfach eine sehr geschickte Umformung, die wir jetzt verwenden können und das, was wir da jetzt erhalten haben für die magnetische Spannung entsprechend neu formulieren zu können. Wir erhalten damit nämlich und das setzt jetzt gleich unmittelbar da an, denn da drunter kommt ja nichts mehr, da war nur dieses UM, dass wir dieses UM also noch anders schreiben können, nämlich wir können also schreiben, dieses UM ist gleich, das 1 durch Minul, an dem ändert sich nichts, aber anstatt dieses Ringintegrals über den Rand von ABDR, das ist ja eh schon so schön hergeschrieben, dass man es nur nehmen braucht, schreiben wir also das Flächenintegral über die ganze Fläche, A-Rotation B-D-F und jetzt werden Sie gleich sehen, das bringt uns ungemein viel, das tun wir jetzt mit Doppelsternen vielleicht da bezeichnen, also ich kann auch 1 und 2 sagen, das ist egal und dann haben Sie also da einen Ausdruck für die magnetische Spannung, da geht es am Bärsche Gesetz ein, das ist Physik, da steckt praktisch in kondensierter Form drin, was wir gestern alles so physikalisch bei Experimenten zur Magnetostatik gesehen haben und andererseits haben wir also da jetzt umgeformt mit Hilfe des Doxensatzes nichts anderes als die Definition der magnetischen Spannung, aber beides ist die magnetische Spannung und daher können wir das auch gleichsetzen, wir können also Stern gleich zwei Stern setzen, das ist etwas verwegene mathematische Schreibweise, aber Sie werden sicher verstehen, was damit gemeint ist, wir setzen das einfach zusammen und wir kriegen daher, wenn wir das eben so machen, fangen wir einmal da an, 1 durch µ0 Flächenintegral über A Rotation B-Pfeil D-F-Pfeil ist gleich und das schreiben wir das da her, da haben wir dann gleich Integral über A J-Pfeil D-F-Pfeil und das schaut natürlich eigentlich recht vielversprechend aus, denn Sie sehen in beiden Fällen haben wir ein Flächenintegral über die gleiche Fläche und letzten Endes sollte das ja dann gültig sein, egal welche Fläche man verwendet, wir haben uns ja nicht auf irgendeine spezielle Fläche beschränkt, sondern das müsste eigentlich für alle Flächen gehen, wenn das aber für alle Flächen gelten soll, dann müssen auch die Integranten zusammenpassen, jedenfalls wenn die Integranten zusammen stimmen, dann werden sicher auch alle Integrale über welche Flächen auch immer wieder dasselbe liefern, also schauen wir nach, wenn wir die Integranten gleichsetzen, also haben wir 1 durch Mu0, das können wir reinziehen, Rotation B-Pfeil ist gleich J-Pfeil oder das Mu0 auf die andere Seite, kriegen wir Rotation B-Pfeil ist gleich Mu0 mal J-Pfeil und das meine Damen und Herren ist jetzt das Pendant zu einer schon vorhandenen Gleichung, also vorhanden sind es alle schon, aber in einer bekannten Gleichung, nämlich die Divergenz E war gleich Roh durch Epsilon 0, das brauche ich nicht nochmal aufschreiben, das erinnern Sie sich sicher, diese Maxwell-Gleichung, die ja sozusagen die Elektrostatik schon beherrscht hat, aber die auch weiterhin gültig bleibt. Jetzt haben wir da was entsprechendes für die Magnetostatik, Rotation B ist Mu0 mal J-Pfeil und Sie sehen schon, da haben wir keine Divergenz jetzt drin stehen, sondern eine Rotation, wohlweislich, weil der Strom da herum, diese Stromdichte ist halt kaskalar, so wie die Ladungsdichte, sondern ein Vektor, so muss er links auch ein Vektor stehen, schon allein dadurch ergibt sich natürlich, dass das eine andere Beziehung ist und das ist also nun ebenfalls eine Maxwell-Gleichung. Wieder eine, wie wir sagen, inhomogene Maxwell-Gleichung. Gestatten Sie mir diesen Kürzel MXGL, weil das ist ja so allgegenwärtig in der Elektrodynamik, die Maxwell-Gleichungen, dass man, der Maxwell wird einverstanden sein, wenn man nur mit MX abkürzt. Das zeigt ihm ja nur, wenn er jetzt gerade abgeschaut, dass wir so mit ihm vertraut sind, dass wir seinen Namen gar nicht ausschreiben brauchen. Also eine inhomogene Maxwell-Gleichung und was bedeutet inhomogen, weil auf der rechten Seite nicht Null steht. So wie bei der Divergenz-E-Gleichung auch, auch eine inhomogene Gleichung, da steht auf der rechten Seite auch nicht Null, sondern da steht Rho durch Epsilon Null. Sie werden aber sehen, wir werden noch zwei weitere Maxwell-Gleichungen kennenlernen, eine vielleicht sogar noch heute und das sind dann homogene. Das heißt, die Ladungsdichten und die Stromdichten die in einem System vorherrschen, die kommen nur in zwei Maxwell-Gleichungen vor und die bestimmen eigentlich dann auch ja im Wesentlichen, was mit den Feldern passiert, denn wenn überhaupt keine Ladungen und keine Ströme da sind und alles statisch und Null ist, dann wird sich auch kein Feld ausbilden. Aber das ist nicht allgemein zu sehen, wenn man wechselnde, also zeitlich veränderliche elektromagnetische Felder betrachtet, dann kann sehr wohl auch der Fall eintreten, dass selbst wenn je und roh beide Null sind, sich trotzdem ein Feld aufbaut, das sich dann entsprechend ausbreitet. Also eine elektromagnetische Welle, wenn ich das einmal ein bisschen schon vorweg nehmen darf, die kann sich auch in einem Bereich ausbreiten, wo es weder elektrische Ladungen noch elektrische Ströme gibt, also insbesondere auch im Vakuum, sonst wird sie auch nicht von der Sonne zur Erde kommen und das ist ja doch ziemlich wichtig, dass die da zu uns kommt, wenn das nicht funktioniert, schaut man schlecht aus, naja, da wären wir gar nicht da. Also sie kommt und deswegen geht das und das geht auch ohne, dass da zwischen der Sonne und der Erde in dem dazwischenliegenden Raum Ladungen und Ströme sind, aber jetzt sind wir ja bei der Magnetostatik und damit sich da was tut, braucht man wirklich einen Strom, wenn man bei dem Örsted-Versuch den Strom ausschaltet, dann ist auch das Feld weg, also das kann man ja schon sich klar machen. Ich muss an dieser Stelle auch noch etwas erwähnen und zwar während sich zeigt, dass die Divergenz E gleich Roh durch Epsilon Null schon eine fertige Maxwell-Gleichung ist, zu der nichts mehr kommt, wird sich hier zeigen, der Feld noch was und was der Feld zu dem kommen wir später. Aber für unsere magnetostatischen Anwendungen, wo also zeitliche Ableitungen des magnetischen Feldes keine Rolle spielen, reicht das. Aber ich schreibe dazu statisch und das bedeutet, das wird noch einen weiteren Term geben da, der dann auftritt, wenn man zeitlich verändliche Felder betrachtet, insbesondere zeitlich veränderliche elektrische Felder. Und das ist also dann ein besonderer Höhepunkt bei der Elektrodynamik, dass man auf das draufgekommen ist. Aber den hebe ich mir noch auf, das muss ja dramaturgisch aufgebaut sein, außerdem das geht jetzt noch gar nicht, da fehlt noch einiges, das kommt schon alles zur Zeit. Wir machen das alles Schritt für Schritt. Also während die Divergenz E-Gleichung die ist okay, die noch nicht, das sollten Sie schon notieren, da kommt noch was. Aber für unsere jetzigen statischen Anwendungen reicht das. Und man kann also auch jetzt schon sagen, diese Gleichung, so wie sie da hier steht, sagt ja im Wesentlichen aus, die Stromdichte ist irgendwas des magnetischen Feldes, so wie die Ladungsdichte, die Quelldichte des elektrischen Feldes ist. Jetzt muss man natürlich wissen, was ist dieses Rotation B, was sagt uns das eigentlich über dieses magnetische Feld aus. Und nachdem das so wichtig ist, möchte ich das schon in ein paar Zeilen beleuchten, weil sonst haben sie von der Gleichung nichts. Eine Gleichung, die nicht gleich irgendeine konkret fassbare Assoziation mit sich bringt, ist eine halbe Sache. Also die anschauliche Bedeutung. Und für diejenigen, die das eh schon wissen, entschuldige ich mich, dass ich es jetzt wiederhole und vielleicht schadzt aber nichts, dass man es nochmal gehört hat, vielleicht aus einer etwas anderen Perspektive. Also, wir schreiben diesen Stokeschen Integralsatz noch einmal auf, das heißt, nein, wir können ihn so wie er dort ist schon verwenden. Wir gehen noch einmal aus von dem Stokeschen Satz. Wir machen jetzt einen weiteren mathematischen Exkurs. Jetzt, die Physik ist schon fertig, jetzt wollen wir die Physik nur gut verstehen. Und daher brauchen wir noch einen mathematischen Einschub, um das entsprechend klarzustellen. Und da werden wir also den Stokeschen Satz noch einmal anwenden, so wie dort steht, Stokeschen Satz, und zwar aber, wie das in der Physik sich oft sehr bewährt, auf eine kleine Fläche. Ja, das ist die übliche Geschichte, was ist klein, den Mathematikern taugt das überhaupt nicht, weil was heißt klein und groß, entweder ist oder nicht ist, aber in der Physik ist es eben so, klein ist etwas dann, wenn es klein genug ist, dass sich die Dinge über den Bereich, wo man da ist, nicht mehr mehr viel ändern und man sich daher keine Sorgen machen braucht. Aber nicht mehr viel, das ist halt immer die Frage, wie viel man halt wissen will und kann und so weiter. Das ist also eine zutiefst physikalische Betrachtungsweise, aber eine, die, wie ich glaube, doch wirklich sehr tragfähig ist. Also wir verwenden den Stokeschen Satz für eine kleine Fläche A, die wir als Delta A bezeichnen wollen. Für kleine Fläche Delta A. Delta, das ist meistens so ein Ausdruck dafür, dass was klein ist, eine Differenz von Größen oder so irgendetwas. Da geht es jetzt nicht wirklich um eine Differenz, es soll einfach eine kleine Fläche sein. Das hat sich so eingebürgert als Schreibweise, wenn was klein soll, so schreibt man es oft als Delta A. Und wenn man das aufschreibt, dann kriegt man also einmal dieses Integral Rotation B D F über dieses Delta A. Aber da ist jetzt schon zu beachten, wenn diese Fläche A klein genug gewählt wird, sodass dieses Rotation B des Selberer Vektor Feld sich nicht mehr besonders viel ändert über den Bereich dieser Fläche Delta A. Dann ist ja das praktisch ein konstanter Summand, eine konstante Funktion. Dann kann man das ja vors Integral setzen und es bleibt nur mal das Integral über Delta A DF Pfeil und das ist einfach Delta A. Also das heißt anders gesagt, ganz allgemein wird man ein solches Integral so definieren, dass man diese Fläche in lauter so kleine Teilflächen zerlegt, die man dann oft Delta A nennt, viele viele solche kleinen Flächern da, so Quadraten oder irgendwie und dann macht man so Rotation B mal Delta A Pfeil die Flächenvektoren summiert über die ganze Fläche A auf und hat dann eben das Flächenintegral. Das ist ja nicht bekannt. Gibt es dazu irgendwelche Unklarheiten? Nein, das habe ich so blöd gefragt, dass sich keiner sagen traut. Aber trotzdem, ich glaube, das wissen sie. Und wenn aber jetzt dieses A klein genug ist, dann braucht man sich das gar nicht mehr antun mit dieser Aufteilung in noch kleinere Flächen. Weil es ist eh schon das Rotation B praktisch konstant. Man macht diese Aufteilung in lauter so kleine Quadraten nur dann, wenn eben die Größe über die integriert wird, sich deutlich ändert über den ganzen Bereich A um den es geht. Wenn sich das eh praktisch nicht ändert, weil der Bereich klein genug ist, dann ist das schon genug, dieses eine Delta A schon als ein Fläche Element zu betrachten und weniger als das braucht man gar nicht mehr mehr. Es ist genau genug. Oder sagen wir so, man kann das A immer klein genug wählen, dass es dann so ist. Und letztlich betrachtet hat man dann einen Limes und dann ist sowieso kein Problem. Also wir können diesen linken Teil dieser Gleichung einfach schreiben als Rotation B mal Delta A Pfeil. Rotation B Pfeil mal Delta A Pfeil. Wenn dieses Delta A Pfeil also eben der Flächenvektor der kleinen Fläche Delta A ist. Die ist klein genug die ist nicht mehr groß gekrümmt oder so das ist ein kleines Flächerl und zählen recht drauf ist der Flächenvektor. Also das ist dieser linke Teil mit dem Flächenintegral und wenn das Fläche klein genug ist kann man die Rotation rausholen und das Flächenintegral degeneriert einfach zu diesem Delta A Pfeil. Und auf der anderen Seite das lassen wir einfach stehen. Fläche Delta A und da haben wir dann natürlich eben Rotation B Pfeil DR Pfeil. So schaut das aus. Naja und jetzt sehen Sie aber da steht also so ein Skalarprodukt von Rotation B und von Delta A und das was hier steht das ist nichts anderes als die Zirkulation des Feldes B Pfeil Zirkulation von B Pfeil um diese Fläche Delta A herum Ja also wenn zum Beispiel meine Handfläche so ein Flächenelement Delta A ist und da geht also so der B Vektor so rundherum dann kann man da so eine Zirkulation B D R machen längs der Randkurve Rand meiner Handfläche die ist klein genug jetzt für unsere Anwendungen dass man das als so ein kleines Delta A betrachten kann und das Delta A Pfeil steht da senkrecht drauf und die Länge von dem Vektor ist gleich die Größe meiner Handfläche also ich glaube das kann man sich auch vorstellen also das ist dann dieses Ringintegral B DR längs des Randes der kleinen Fläche Delta A das ist die Zirkulation von B um diese Fläche A herum Sie erinnern sich doch an den Begriff der Zirkulation den haben wir in der Hydrodynamik gehabt nicht um irgendwie Wirbelvorgänge charakterisieren zu können das ist genau dasselbe da haben wir ja wieder Wirbeln nur da wirbelt das nicht in dem Sinn wie ein Tornado sondern es schaut halt dieses Vektorfeld B Pfeil so aus wie das Geschwindigkeitsfeld in einem hydrodynamischen Wirbel und deswegen sagt man es ist ein magnetischer Feldwirbel naja aber das Helmholzsche Gesetz spielt da keine Rolle nur beim Helmholzschen Wirbelsatz hat man das auch verwendet aber da geht es jetzt in einer etwas anderen Richtung wir wollen hier nur die Bedeutung des Rotationsvektors klar machen um dann zu einer griffigen verbalen Formulierung dieser Gleichung zu gelangen weil das ist immer gut wenn man für was so richtig klare einfache griffige Bezeichnung hat naja also da steht Rotation B Pfeil mal Delta A Pfeil und wenn wir also jetzt annehmen dass das Delta A Pfeil parallel zur Rotation B ist Delta A Pfeil ist parallel zu Rotation B ich kann ja meine Handfläche legen wie Revue und ich lege sie jetzt so dass also das Delta A Pfeil das ist der Flächenvektor parallel zu dem Vektor Rotation B ist das kann man ja mal annehmen wenn man das annimmt dann ist die Sache einfach denn dann wird man hier erhalten dass das der Betrag von Rotation B dass dann dieses der linke Teil dass dann das Rotation B Pfeil mal Delta A Pfeil wenn die beiden parallel sind gleich absolut Rotation B mal absolut Delta A Pfeil ist und das ist einfach der Flächeninhalt Delta A ohne Pfeil da bleibt dann nur der Betrag von Rotation B an dieser Betrag von Rotation B ist dann auch die maximale Zirkulation ich lege die Fläche so dass dann die Zirkulation rundherum maximal ist ich werde Ihnen das gleich anschließend wenn wir damit fertig sind noch grafisch genau erklären können wir kommen jedenfalls dann dazu dass sich jetzt aus dieser Gleichung ergibt mit dieser Annahme dass wir erhalten der Betrag von Rotation B Pfeil das ist ja da Rotation B mal Delta A ist das und jetzt setzen wir das da oben ein dann haben wir Betrag von Rotation B mal Delta A ist gleich das und jetzt geben wir das Delta A auf die andere Seite dann haben wir 1 durch Delta A mal dieses Ringintegral über den wenn wenn das ja wie es da oben steht diese Zirkulation von B um Delta A ist dass dann der Ausdruck die Zirkulation pro Flächeneinheit meiner Handfläche ist weil ich dividiere durch das Delta A durch und so zeigt sich dass der Betrag von Rotation B hier gleich ist der Zirkulation um die Fläche Delta A herum pro Flächeneinheit aber natürlich man muss ja dazu sagen wie liegt die Fläche und wenn ich das Delta A parallel zur Rotation besetze dann wird ja dieses Skalarprodukt da oben maximal weil nur wenn die Flächen wenn die zwei Vektoren parallel sind dann fällt der Kosinus weg wenn es irgendwie schief dazu liegt bei sonst ungeänderte Sache aber sie legen das Delta A einfach ein bisschen anders dann wird also durch den Kosinus bedingt dieses Skalarprodukt kleiner werden also wenn ich diese Annahme mache dann ich schreibe es noch einmal hin dann bedeutet das ich verwende eine Fläche maximaler Zirkulation weil eben ich die Fläche dann so gewählt habe ich ändert die Größe meiner Handfläche nicht und da hängt der Flächenvektor dran und ich drehe das jetzt so herum dass dann die Fläche so liegt dass das Delta A Pfeil parallel zu dem Rotation B wird das ist dann damit erreiche ich dass dieses Skalar Produkt maximal wird weil dann habe ich betrag das einen mal betrag das andere mal sonst nichts weil sonst nicht parallel sein muss ich noch mit Cosinus Theta multiplizieren also wenn es parallel sind wenn ich diese Annahme mache dann habe ich eine Fläche der maximalen Zirkulation betrachtet und unter dieser Annahme gilt dann dass der Betrag von Rotation B gleich dieser Zirkulation pro Flächeneinheit ist das heißt dieser Betrag von Rotation B ist die maximale Zirkulation pro Flächeneinheit wenn ich also irgendein B Feld habe vorgegeben dann lege ich meine Handfläche mein Delta A so hinein dass also das Delta A Pfeil parallel zur Rotation B ist die Fläche daher senkrecht steht auf Rotation B dann wird rundherum die Zirkulation von B rundherum maximal sein und die Zirkulation pro Flächeneinheit ist dann die maximale Zirkulation pro Flächeneinheit also erhalte ich hier einmal das also ein Ergebnis der Betrag von Rotation B ist gleich die maximale Zirkulation pro Flächeneinheit und das nennt man auch die Wirbeldichte Bei der Divergenz haben wir gesagt das ist die Quelldichte aber das will ich jetzt nicht formulieren weil sonst bringe ich es zu viel durcheinander Ich muss da noch einen zweiten Punkt hinzufügen wir haben also gesagt wenn Delta A Pfeil parallel zur Rotation B ist dann wird die Fläche maximal sein was heißt das aber wenn ich es unbekehrt formuliere es muss also die Fläche so gelegt werden dass sie senkrecht auf Rotation B steht dass der Flächenvektor parallel zur Rotation B steht dann ist die Zirkulation von B rund um die Fläche maximal das heißt aber im Klartext hoch zu dass die Richtung von Rotation B senkrecht auf die Fläche der maximalen Zirkulation steht also der Vektor Rotation B richtungsmäßig gibt an dass wo die Fläche der maximalen Zirkulation ist senkrecht auf Rotation B liegt jeweils an jedem Punkt die Fläche rund um die die Zirkulation maximal ist also die Rotation B steht senkrecht auf die Fläche der maximalen Zirkulation und jetzt gilt beides zusammen als die Interpretation des Rotationsvektors also wenn man ein Vektorfeld vorgibt das Vektorfeld B ergibt sich durch diesen Stromfluss Amperges Gesetz und so weiter man hat ein Wirbelfeld B Pfeil einen magnetischen Feldwirbel der einen Stromfluss mit dem sich der Stromfluss umgibt dann wird der Vektor Rotation B Pfeil senkrecht stehen auf eine Fläche rund um die herum die Zirkulation dieses vorgegebenen B Feldes Maximales und der Betrag von Rotation B gibt jetzt auch tatsächlich diese maximale Zirkulation pro Flächeneinheit an und das nennt man die Wirbeldichte und mathematisch gesehen gilt das alles im Limes Delta A immer kleiner werden zusammenschrumpfend auf einen Raumpunkt also wir Physiker hören dann irgendwann zum Schrumpfen auf und das ist dann das kleine Fleckerl und fertig also wenn man weit genug geht kommt man immer beliebig nahe an das heran und das reicht uns schon und das möchte ich Ihnen aber jetzt auch noch einmal grafisch darstellen weil ich meine und glaube also der Begriff des Rotationsvektors der ist immer am Anfang ein schwierigerer Vektor als die anderen Divergenz das versteht man relativ bald da quillt was heraus und pro Volumseinheit hat man das aber bei der Rotation ist das also etwas schwieriger und deswegen möchte ich das auch noch veranschaulichen damit Sie wirklich ein grafisches Bild vor Augen haben und sich tatsächlich was vorstellen können na da will ich rauf legen wir jetzt den Stromfluss einmal senkrecht sagen wir der geht da so herunter der Strom wir haben da stromdichte Vektoren je pfeil also ein senkrecht verlaufender Leiter haben wir gestern beim overhead projektor gehabt da war so ein kleiner senkrechter Leiter und dann haben wir da rundherum diese Eisenpfeilspäne so kreisförmig herumliegen gesehen ich glaube an das können Sie erinnern das haben wir jetzt hier wieder das heißt wir können uns da jetzt so magnetische Feldlinien denken das sind natürlich wieder Tangentiallinien an den magnetischen Flussdichte Vektor so wie die elektrischen Feldlinien Tangentiallinien an den elektrischen Feldstärke Vektor waren also da haben wir solche Tangentiallinien und da liegen also da so diese Feldvektoren in welche Richtung ich zeige es und anders herum damit das auch schön zusammenpasst die liegen also jetzt da so hinten und dann vorne da so herum zeigen also da an wie das magnetische Feld da rundherum verlauft das ist der Vektor der magnetischen Flussdichte in der Umgebung eines stromdurchflossenen Leiters Sie haben da so eine Art magnetischen Tornado gewissermaßen so wie einen Wirbel da geht der Strom durch und da rundherum haben Sie diese Vektoren B Pfeil und jetzt haben wir da einmal die Richtung von Rotation B ist senkrecht um eine Fläche der maximalen Zirkulation und jetzt schauen Sie sich das an meine Damen und Herren wenn ich da denken Sie das ist wirklich dreidimensional da ist also dieser Tornado dieser magnetische Wirbel und da kann ich jetzt in verschiedener Weise eine meine Handfläche hineinlegen das ist das Delta A wieder angenommen ich lege so hinein und da geht also so halbwert heraus halbwert in der Tafel dieser Tornado herum na dann werden da alle diese B Vektoren senkrecht auf die Randlinie stehen das B Pfeil Delta R Pfeil wird ganze Zeit Null sein es gibt gar keine Zirkulation das wird wohl nicht die Fläche der maximalen Zirkulation sein haben Sie eine Idee wie sie liegen muss die Fläche der maximalen Zirkulation nur so wenn ich da so reinlege da gehen die also so schön rund herum B Pfeil und Delta R Pfeil war meine Erste Ernährung meine Hand da ist kreisförmig umrandet nicht ganz aber so einige Physiker werden Menschen auch in Erster Ernährung als Kugel approximieren und so wird das als Kreis approximiert und dementsprechend geht da der B-Vektor so rundherum und wenn ich das so reinlege dann wird das eine Fläche der maximalen Zirkulation sein ja das ist schon wahr aber ich möchte mit einer noch nicht besprochenen Schrauben Regel konsistent sein und mache das jetzt so in der zweiten Auflage geht der Strom in der Richtung hinunter spielt aber hier nicht wirklich eine Rolle nur im Sinn der konsistent mit späteren also hier das ist eine Fläche der maximalen Zirkulation Zirkulation wenn wenn die Fläche der maximalen Zirkulation so liegt dann ist der Rotationsvektor wieder senkrecht darauf das heißt der liegt parallel wenn Sie so wollen zur Wirbelachse dieses Vektorfeldes B-Pfeil das heißt diese Rotation B-Vektor wird dann etwa das Zeichen jetzt rot ein damit das so wichtig ist der Rotation B-Vektor wird da so herunter zeigen überall und auch da oben das ist der Rotation B Vektor und man kann dann auch sogenannte Wirbellinien definieren ja wir haben gerade gesagt die Feldlinien auch beim magnetischen Feld sind Tangentiallinien an den Vektor der magnetischen Flussdichte B die Wirbellinien jetzt sind ganz etwas ähnliches die Wirbellinien sind Tangentiallinien an den Vektor Rotation B wenn der Vektor Rotation B da so liegt dann sind das die Wirbellinien so verlaufen dort die Wirbellinien und die Wirbellinien sind so quasi der Wirbelkern um den herum der Wirbel funktioniert sozusagen das Rotation B ist eine extrem praktische Größe weil die zeigt ihnen die Achse des Wirbels an der da ist aber natürlich es kann sein das B ist gar kein Wirbel dann also bei den E-Feldern zum Beispiel haben wir bis jetzt ja gar keine gehabt die wirbelförmig sind nur dann ist die Rotation eh null dann ist nix aber wenn man sowas hat wie hier wenn laut Örstedt sich ja dieser Stromfluss mit einem magnetischen Feldwirbel umgibt dann gibt es natürlich da so eine Wirbelsituation und dann gibt es also eine Achse dieses Wirbels und dann sehen sie jetzt automatisch wie einfach das ist die Rotation B ist proportional zu je Pfeil genau das haben sie dort ich habe es Ihnen schon aufgezeichnet da ist Rotation B und da ist je Pfeil die zwei sind einfach parallel zueinander weil der Strom umgibt sich mit dem Wirbel liegt daher in der Achse des Wirbels und Rotation B ist ein Vektor der die Achsenrichtung des Wirbels angibt und mehr noch die Größe das heißt der Betrag des Rotations Vektors ist jetzt diese maximale Zirkulation pro Flächeneinheit das heißt je stärker der Strom fließt desto größer werden diese B Vektoren betragsmäßig desto größer wird diese Zirkulation pro Flächeneinheit und das ist genau das was in dieser Maxwell Gleichung drinnen steht man sieht also diese Maxwell Gleichung sagt im Wesentlichen aus zumindest wenn man sie skalar interpretiert dass die elektrische die elektrische Stromdichte gleich ist der Wirbeldichte des magnetischen Feldes und das schreibe ich jetzt weil es so wichtig ist da gleich noch einmal her um das also als Ergebnis dieser Interpretation zu erhalten Interpretation der Maxwell Gleichung die wir da gerade gehabt haben die Stromdichte ist die Wirbeldichte des B-Feldes natürlich wieder bis auf den Faktor µ0 Stromdichte ist Wirbeldichte des B-Feldes und das ist jetzt völlig analog zu der Situation wie wir gesagt haben die Ladungsdichte ist die Quelldichte des E-Feldes dort waren es Quellen und da aus ins Wirbel also ich glaube das ist eine durchaus klare und eindeutige Situation naja und jetzt wollen wir noch was weiteres besprechen was Gott sei Dank ganz leicht zu besprechen ist und woran wir dann morgen wunderbar anschließen können nämlich eine ganz wichtige Größe den magnetischen Fluss aber ich will schon zuerst fragen wem ist jetzt diesbezüglich was unklar geblieben hat irgendjemand noch ein schlechtes Gefühl in der Magengrube wann von Rotation die Rede ist sie sehen wie man es ausrechnen kann und sie sehen was sie uns liefert die Frage ist wenn man einen zweiten Leiter mit einem Strom in der Gegenrichtung hat was dann passiert wenn der gleiche Strom fließt die Leiter praktisch an der gleichen Stelle sind dann werden sich die Magnetfelder kompensieren und sie werden gar kein Magnetfeld haben ganz klar gut also wesentlich ist dass ihnen das verständlich ist wenn man die Rotation des B-Feldes berechnet dann kriegt man einen Vektor der in der axialen Richtung dieses Wirbels liegt und damit ist klar dass er parallel zu jedem Pfeil ist weil das ist ja in der axialen Richtung das ist ja erst Erkenntnis aufgrund des gestrigen Experimentes haben sie es ja sehen können und damit ergibt sich diese Gleichung ja fast als eine Trivialität aber diese Trivialität ist einer der Grundpfeiler der Elektrodynamik was nein mit Induktion hat das zunächst gar nichts zu tun das hat zwar dann eine ähnliche Gestalt aber da haben wir ganz andere Situation dort haben wir ein elektrisches Wirbelfeld das kommt noch nichts durcheinander bringen ich glauben sie mir ich habe mir das gut überlegt ich bin Schritt für Schritt da gehe die Sache durch und ein Schritt folgt auf den anderen hier ist die entscheidende Sache sie können da einen konstanten Strom haben und kriegen auch ein konstantes Magnetfeld bei der Induktion kommt es wesentlich auf die Zeitabhängigkeit an und das ist ein ganz anderes Schuh ok also wenn sie sich jetzt nicht rühren dann gehe ich davon aus sie verstehen es stromdichte ja das ist nur der Fall weil eben das die fläche der maximalen gut genau und das ist ein experimenteller Befund der eben auf erstes beobachtungen beruht das ist nichts anderes als eine sehr elegante kurze und klare prägnante Schreibweise ein Ausdruck für die erstes Erfahrung in eine tolle schöne Form gegossen das ist die Kunst der Theoretiker dass sie sowas erzeugen können und damit kann man dann die unglaublichsten Sachen aufführen und das ist das schöne an unserer Wissenschaft dass wir da was erreichen können aber jetzt lassen sie mich noch nachdem das allgemein akzeptiert ist und niemand jetzt rührt entweder jetzt sprechen oder auf ewig schweigen nein sie brauchen nicht auf ewig schweigen wollen wir jetzt noch eine weitere Sache definieren nämlich den magnetischen Fluss der geht jetzt ganz analog zum elektrischen Fluss und dieser magnetische Fluss das ist jetzt wieder V mit Haxeln ein magnetischer Fluss das ist so ein Vektor Feld über eine Fläche A B Pfeil DF Pfeil ganz ähnlich mit der elektrische Fluss und warum wenn das so ist dann sehen Sie gleich man kann das B Pfeil da drin daher als Flussdichte auffassen deswegen nennen wir auch B Pfeil die magnetische Flussdichte Sie sehen sofort dass die Dimension dieses magnetischen Flusses sofort ausgerechnet werden kann weil der Vektor B hat die Dimension Volt Sekunden pro Quadratmeter das hatten wir uns glaube ich gestern überlegt gehabt aufgrund der einfachen Beziehungen und das muss man jetzt mit der Fläche im Quadratmeter multiplizieren daher ist das einfach die Größe Volt Sekunden und das nennen wir Weber ein Göttinger Physiker der gemeinsam mit Gauss sehr viel zur Elektrodynamik beigetragen hat und da sehen Sie schon das nennt man manchmal auch die Polstärke das kommt nur aus den alten Zeiten wo man sich nicht davon lösen wollte dass es auch magnetische Pole gibt einzelne ich werde es nicht so verwenden aber da kommt Volt Sekunden heraus und schauen Sie noch bei der Ladung haben wir doch für die Ladung Ampersekunden und wieder haben sie dieselbe Situation Coulomb ist Ampersekunden Polstärke Weber ist Volt Sekunden wieder Ampere Volt magnetisch elektrisch das passt also alles recht schön zusammen das ist eine sehr konsistente Sache also wir haben hier den magnetischen Fluss eingeführt und sehen Sie wenn Sie mir jetzt noch eine Minute geben ich bin schon wieder happig dann werden kann ich Ihnen sofort aufgrund dieser Definition eine wesentliche Folgerung liefern es zeigt sich nämlich aufgrund dieser Dinge mit diesen Wirbeln den magnetischen Wirbeln dass es stets so ist dass man lauter geschlossene magnetische Feldlinien hat und dass niemals aus irgendeinem Raumbereich nach allen Seiten ein Magnetfeld austritt das ist eine andere Beschreibung dessen dass es keine magnetischen Monopole gibt weil der Monopol wäre was wo es nach allen Seiten austritt aber das haben wir nicht gefunden also keine magnetischen Monopole nicht Monopole sondern Monopole also keine magnetischen Monopole folgt dass nur geschlossene Feldlinien sind und nie netto wo aus einem Raumbereich etwas austritt und das bedeutet aber jetzt klarerweise dass der magnetische Fluss aus einem Volumen heraus Folgerung der magnetische Fluss phi m aus einem geschlossenen Volumen heraus das ist also dann so haben wir ihn allgemein definiert aber wenn es aus einem geschlossenen Volumen heraus ist dann haben wir so einen Ring Integral über eine geschlossene Fläche a b pfeil df pfeil dass das stets gleich Null ist und wenn das stets gleich Null ist und das ist auch ein experimenteller Befund das ist ja nur experimentell dass wir heute keine Monopole gefunden haben sonst hätten wir es ja gefunden und vielleicht finden wir es einmal aber bis jetzt haben wir sie nicht gefunden ist also eben dieser Fluss den wir gerade definiert haben aus einer geschlossenen Fläche heraus immer gleich Null und diesen Fluss Integral pdf lässt erlässt sich jetzt laut dem Gauss Satz den sie schon kennen umformen in ein dreifaches Integral über das Volumen das von dieser Fläche eingeschlossen wird Divergenz p dv umformen und wenn das eben ständig für jedes beliebige Volumen gleich Null sein soll dann muss die Divergenz p gleich Null sein und die Folgerung daraus und damit bin ich schon wieder fertig für heute die Folgerung daraus ist dass die Divergenz p pfeil stets gleich Null ist und wir haben eine weitere Maxwell Gleichung gewonnen eine ganz einfache wieder eine Maxwell Gleichung und zwar ist die homogen und wir werden noch eine weitere kennenlernen die ist dann das Induktionsgesetz also wir haben heute zwei Maxwell Gleichungen kennengelernt einerseits die die den Inhalt des Erstagen Experimentes darstellt wo dann heraus kommt Interpretation steht hier die Stromdichte ist die Wirbeldichte des B-Feldes und diese Gleichung bedeutet das B-Feld ist stets quellfrei was bedeutet dass es keine magnetischen Monopole gibt und damit haben wir zwei ganz wichtige experimentelle Befunde in zwei ebenso wichtige Gleichungen gegossen und jetzt kommt es darauf an was wir damit machen können und damit Schluss für heute danke die Vielen Dank. Vielen Dank.